Peace Leute, wacht ihr euch, ich bin Raunel und heute kommt endlich mal ein Börse-Video. Wenn ihr mir so nehmt, gebt die Schatten dann nach oben, damit wir keinen anderen Film nachmachen. Ihr, ich habe, ähm, Ding, ich habe ja, ähm, äh, ne kurze Pause gemacht für fast ne Woche, 6 Tagen. Ist nicht so schlimm, man kann mal Pausen machen, ist nicht so schlimm. So, im heutigen Video werden wir ein bisschen Nami-Pochen. Eigentlich, weil wir das mit Kamel machen, aber anscheinend noch gar nicht, ich habe meine Nami-Pochen gemacht. Ähm, Leute, wir machen nur ein Börse-Video. Ganz easy, 16 Minuten Video wird reichen. Ich will jetzt auch hier nicht zu übertreiben. Hallo. Früher war ich mit Nami ganz gut dran. Und ich war einfach dran. Arsch! Woooah! Nein! 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 Sorry, ich hab ein bisschen ausgerastet. Ähm... So, sollen wir gleich irgendwann noch ein Spiel machen? So, Leute. Ähm... So, Leute. 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 ja 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 Ich habe ihn wieder in 6 Tagen im Video. Wir können jeden Montag vom Dienstag umfangen. Ja Leute, wir machen so. Jeden Montag vom Dienstag umfangen. Also Montag vom Dienstag nur umfangen. Und den. Den nur Montag. Was ist der? Oh Scheiße. Warte, Montag, Dienstag. Ähm. Äh. Nee, Montagabend. Ja, nur Montags wird ein Video gedreht. Okay, nur Montags. Okay. Okay, ja. Leute, wir machen so. Nur Montags wird ein Video gedreht. Okay, nur Montags. Das ist okay. Nächstes Video kommt. Ähm. Heute Mittag, Sonntag, Freitag, Sonntag, Montag. Entschuldigung. Nächstes Video kommt. Jeden Montag. Jeden Montag. Jeden Montag. Jeden Montag. Jeden Montag. Jeden Montag. Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, ähm, von ähm, Narnie. Ich bin jetzt ein bisschen besser mit Marnie. Dann versuchen wir Marnie auf Marnie zu rutschen. Ich glaube, wir werden jetzt wieder schmacken in der Boxen. Weil Papi hat sich Marnie zu rutschen. So, das ist neu. Können wir direkt den Steampart machen? Steampart. Zack, ja. So läuft es. So, jetzt kommt der. Ich bauchte, äh, ich dachte immer, äh, was da mit Sarajan-Bitbox kriegen. Wird es eh nicht so, wie ich hatte. Wenn ich mich immer vertreten habe. Oh, es wird zu können jetzt. Auf dieser. Außer 46. Hab ich einfach so aufgemacht, Marnie. Ich glaube, ich bin jetzt aufgeregt. Ich kann mich auch. Ich hab dich. Das ist auch einiges. Der Kopf ist aufgestattet. Das ist aufgestattet. Oh! Das ist hier. Und jetzt kommt der Kugel. Und jetzt kommt der Kugel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Okay. Ich bin dick hier erst mal gepusht. So. Zwei Runden können wir noch oder drei. Jetzt haben wir nur 11 und 39. Oh. 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 Nein, 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 nein. Geh. Lass mich in den Ruh. Nein, geh. Lass mich in den Ruh. Wieso? Nein, 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 nein. Oh. Boom, Junge. Was willst du? Junge. Geh weg, Alter. Ja, ja. That's what you get. Ich hab gesagt, geh. Geh, Junge. Geh. Ich hab gesagt, geh. Run for your life, Alter. Nein, 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 nein. Wuhu. 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 Jawel. Junge. Hallo? Hallo? So. Leute. Ganz kurz. Das war, ähm, bisschen lang grad. Ich weiß nicht, ob es für euch lang war. Ähm. Ähm. Äh, ja. Ich hab natürlich jetzt etwas, ähm, ja. So. 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 Junge. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Junge, die sind voll. Junge, die sind voll. Der denkt, der kann nicht aufzupacken. Der ist nicht so. Der ist nicht so. Der ist nicht so. Der ist nicht so. Nee, mach es. Ich habe noch 3 Minuten nach. Wir können die letzte Runde machen. Okay. Letzte Runde. Ja, ist die letzte Runde, Leute. Was ist denn da? Oh. 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 Ich denke, es hört mich jetzt an. Jetzt kommt Feuerwehr oder Polizei, Alter. Jetzt kommt die Polizei, denke ich, weil ich höre... Nee, Krankenwagen, weil ich höre... Haltest du auf? Nein! Junge, lass mich schon rum. Ja, okay, Leute. Dann würde ich sagen... Haut rein, Leute! Warte. So, dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Haut rein, Leute! Euer Emanuel. Bis zum nächsten Video. Peace!